Ich habe euch erklärt, wie Smart Objects funktionieren mit Type und mit Vector Shapes. Das selbe geht natürlich mit den Pixel Elementen. Ich wähle hier Sneakers ran. Ich ziehe sie hier auf mein Bild. Und ich wähle erst Sneakers auf Smart Object. Ich nenne die hier für dich mal immer auf Sneakers. Ich mache ein Smart Object draus. Und ich mache den Original Datoit zu. Ich gehe an das Smart Object dran. Hören wir dann den Sneakers end.psp. Das sieht aus ein Embedded Smart Object. Wenn ich glaube, dieses Smart Object für andere, kann ich natürlich direkt Anrufe machen. Aber auch die Änderungen werden sehr destruktiv, weil ich heute eine Änderung mache. So mache ich den Filter drauf, den ich auf alle Instanz vom Smart Object angewandt habe. Dann sage ich, dass ich kein Smart Filter habe. Der Filter ist angewandt. Ich gehe an das Schreck. Ich save das Smart Object auf. Und mein Smart Object ist definitiv verändert. Das will ich aber nicht. Ich will vielleicht das Smart Object so verändern, dass ein Original von den Sneakers immer noch beibehalten wird. In dem Moment kann ich am Smart Object eine Instanz vom Smart Object selber machen. Das klingt komisch, weil das praktisch ist. Ich weiß nicht, wie wird. Ich mache hier noch einen Rätselklick. Convert to Smart Object. Und ich sehe das Inhalt vom Smart Object Sneakers 2 PSB, wo ich noch ein Smart Object bekomme. Das ist dann eine Sneakers 3 PSB. Das wäre so meine Basis-Datei. Die ich nicht verändern. Ich kann aber das Datei verändern. Ich kann nur ein Filter drauflegen. Und ich sehe das Datei aus der Filter ein Smart Filter gehen, den ich kann außer nur blenden. Ich kann natürlich nur Adjustment Layers drauflegen. Wieder zu weisen. Ich mache mal ein Hue Saturation. Adjustment Layers drauf. Ich mache mal ein Clipping Mask draus. Und ich ändere auf Violett. Ich gehe raus aus dem Smart Object. Ich save. Und ich sehe das aus meinem Smart Object geändert. Aber ich kann die Änderungen, die ich nur innerhalb vom Smart Object mache, ausblenden. Das wäre dann der Fall für alle Instanz vom Smart Object auf meiner Grafik. Das heißt, habe ich für Instanzen. Dann gibt die Veränderung sehr scheu. Inhalt vom Smart Object auf alle Instanzen gleichzeitig aufwenden. Ich meine es nicht so. Ich gehe mal ein Filter. Ich gehe mal raus. Und ich sehe es, die zwei sind parallel verändern. Der Vorteil vom Smart Object, innerhalb vom Smart Object, ist, wie gesagt, dass mein original Smart Object immer unverändert bleibt. Ich kann filtern, auf Veränderungen an der Instanz selber vom Smart Object applizieren, die sich dann auf den Datei auswirken. Ich kann natürlich an der Datei selber auch Adjustment Layers machen. Zum Beispiel, ich gehe heute in die anderen einkehre. Ich mache sie mit Ring. Ich mache Clipping Mask. Das ist eine Veränderung von der Instanz. Du sagst, dass die Instanz violett durchgestaltet wird, mit dem Smart Object und so bleibt unverändert. Wenn ich am Smart Object die Filters nicht ausblende, und ich gehe zurück. Dann habe ich jetzt den Hue Saturation Adjustment Layer angewandt, weil ich den Hue Saturation Filter angewandt habe, in der Vue von den Transformationen, die schon am Smart Object drauf waren. So, ich kann natürlich nur hier eine Menge Grafik ein Faktor überlegen, das kannst du schon. Ich kann zum Beispiel einen Gradient Overlay überlegen, den sich da just auf diese Instanz auswirken. Hier umhören. Ich kann auch ein Filter anwenden. Das gibt in diesem Fall ein Smart Filter. Ich mache da mal einen Blö Filter drauf. Ein Gorschenblö. Ein bisschen stark. So. Und du sagst, wir haben hier verschiedene Instanzen von einem Smart Object. Einmal original, einmal mit dem Effekt, einmal mit dem Adjustment Layer und einmal mit dem Smart Filter. Wenn ich zurück an das Smart Object gehen, egal wo ich klicken, kann ich ihn auch ausblenden. Und ich blende hier den Adjustment Layer an Smart Filters aus. Und ich gehe zurück. Dann ist es jetzt hier, wo wir den Adjustment Layer Hue Saturation haben. Hier, wo ich den Gorschenblöer haben, kannst du ihn auch ausblenden. Den Gradient Overlay-Effekt kann ich auch ausblenden. Ich blende dann mal überall aus. Und der Summe mal, ich hätte gerne überall einen neuen Effekt drauf. Ich gehe nicht an mein Smart Object. Und ich mache den Smart Filter näher hin. Das ist mein Halftone gewischt. Ich gehe zurück. Und du sagst, dass alle Instanzen der Filter sind, weil er innerhalb vom Smart Object bleibt. Ich kann auch heimlich sozusagen Lokal Adjustment Layers, Effekte an Filter näher ummachen. Ich gehe nicht an mein Smart Object. Ich kann den Filter ausblenden. Ich kann noch einen anderen Filter dabei machen. Ich mache, wie gesagt, den Drop Shadow unsichtbar. So, ich kann auch noch am Smart Object alle Instanzen die Style Gesäß beauflassen. Ich mache eigentlich ganz einfach einen Hue drauf. Ich gehe anstatt über den Effects. Ich mache einen Color Overlay. Also in dem Photoshop, ich hätte gerne Softlight. Und dann haben wir das Orange. Ich gehe einfach raus. Ich gehe einfach raus. Ich save. Und du sagst, alte Instanzen sind nicht beauflassen gehen. Ich kann einfach zurückgehen. Ich kann den Effekt ausmachen. Ich kann auch den Smart Filter ausmachen. Ich mache vielleicht meinen Hue Saturation gesund. Ich gehe jetzt zurück. Und du sagst, mein Sneaker ist die Blue. So, ich ist hier noch gering. Weil hier ein Adjustment Layer draufholt. Bei der Hue Saturation, die ich wie gesagt immer noch kann immer ändern. Ich kann hier noch genauso gut ein bisschen magenta machen.